Es wird Angriffe formen. Hm, was heißt das wohl? Auf jeden Fall muss der Bauarbeiter eine ganz bestimmte Bestimmung haben, so wie der Hammer vom Bauarbeiter, also nicht strikt auf Hammer, aber der Hammer hat eine allgemeine Bestimmung anscheinend im Trailer, beziehungsweise im neuen Abbau. Na ja, also wie man im Hintergrund sehen kann, oben am Himmel ist eine Zivulette und da stellt sich die Frage, was ist das? Hoffentlich kommt eine neue Truppe oder so, das wäre richtig nice. Wie man erkennen kann, sieht man jetzt ein Bild und da sieht man, dass da auch ein vierter Held dabei ist, aber man sieht sein Gesicht nicht und ich finde nice, dass ein vierter Held dazukommen wird. Das wäre richtig geil. Man sieht jetzt auch die ganze Zeit die 13. Die 13 hat auch höchstwahrscheinlich eine ganz bestimmte Bestimmung hier. Und ich glaube, das wird heißen, dass es in Rauns 13 kommen wird. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Ey Rauns 13, yo, das wäre richtig geil. Ja Leute, gebt dem Video ein Like, vergesst nicht zu kommentieren und natürlich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ja, ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ich habe noch eine kleine Ankündigung am Schluss halt. Am Schluss halt? Wow. Es wird wahrscheinlich in ein paar Monaten komplett eine ganz große Veränderung auf meinem Kanal geben. Ich werde dazu ein extra Video machen. Und ja, euch erstmal einen schönen Abend. Und ja, euch erstmal einen schönen Abend.